Männer, wir müssen reden. Und zwar über Kindheitstraumata, über dein Selbstbewusstsein, über den Schatten und über Projektion. Die Gründe, warum du bis heute, obwohl du so stark versuchst, bis heute immer noch nicht das Selbstbewusstsein aufgebaut hast, das du gerne haben möchtest. Obwohl du doch so sehr mit dem Finger auf andere zeigst. Obwohl du doch vielleicht so sehr arbeitest und ackerst und so weiter. Aber immer noch nicht da bist, wo du gerne wärst. Ich habe einen sehr großen Fehler gemacht. Ich habe, bevor ich mich hingesetzt habe, um die Folge jetzt aufzunehmen, dieses Selbstbewusstseinspezial, da frage ich gleich noch was zu, habe ich einen sehr großen Fehler gemacht. Und zwar habe ich mir die Kommentare unter dem letzten Podcast angeschaut. Keine Ahnung, ob ich ein wenig masochistisch veranlagt bin oder so, warum ich mir das immer wieder gebe. Aber manchmal hoffe ich vielleicht irgendwie, dass da ein paar nette Worte sind. Also manchmal sind da auch nette Worte und das bringt mich vielleicht immer wieder dahin. Aber es ist interessant. Und das ist eben aber auch genau das, was ich jetzt hier heute mitnehme in dieses Selbstbewusstseinsspezial, was ich hier heute mit euch mache. Genau, kurz nochmal dazu. Das sind jetzt so Folgen, die wir ab und zu machen, die ich ab und zu jetzt hier mit euch mache, wo ich Zeit habe. Also in unseren normalen Podcast-Episoden habe ich nicht oft so viel Zeit und das ist auch nicht der Rahmen dafür, um mehr so in die Tiefe reinzugehen. Mehr psychologische, philosophische, spirituelle Themen einfach auch so miteinander zu verheiraten und da auch in die Tiefe zu gehen. Das mache ich hier in diesen Episoden. Und ich habe jetzt vor dieser Aufnahme die Kommentare angeschaut und es ist wieder das Gleiche passiert, was immer passiert, wenn ich mir dann so im Laufe der Woche die Kommentare vom letzten Podcast anschaue. Und dann klicke ich so aufs Video und dann komme ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, weil da einfach so viel Projektion in diesen Dingen drin steckt. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir sagen euch, du bist gut genug und mit 100%iger Sicherheit steht irgendwo in einem Kommentar, nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht. Wir sagen euch so, Frauen und du, ihr sitzt alle im gleichen Boot. Lass uns doch mal mehr zueinander finden. Nee, die sind schuld an allem. Also das ist halt so, das muss man sich mal vorstellen. Jemand sagt dir, du bist gut genug, jeder andere auf der Welt ist gut genug und dann kommt eine Person und sagt, nee, ich bin nicht gut genug oder alle anderen sind auch nicht gut genug. Das, warum, denkt sich halt eine Seite von mir. Die andere Seite gibt dir jetzt gerade auch mal die Antwort darauf. Denn das ist Projektion. Projektion ist ein psychologisches Phänomen, was stattfindet, um es mal einfach auszudrücken. Und das bedeutet, dass was wir in uns haben, das sehen wir in anderen. Du kennst vielleicht den Spruch, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen die anderen drei auf dich. Und das bedeutet halt so, was du in jemand anderem ankreidest, womit du ihn beschimpfst oder was auch immer, das ist auch in dir selber. Das bedeutet aber auf der positiven Seite, wenn du jemand anderem ein Kompliment für etwas gibst oder jemanden Anerkennung gibst, dann hast du das selber auch in dir. Das ist halt auch die positive Seite der Projektion. Um ein Beispiel dafür zu nennen, so angenommen, so du und zwei Freunde, ihr findet alle, wer ist gut, Dwayne The Rock Johnson. Gut, ja. Der eine sagt so, oh, er ist ein richtig krasser Wrestler gewesen. Der andere sagt, boah, er ist ein richtig geiler Schauspieler. Find ich jetzt nicht zum Beispiel, weil er immer die gleiche Rolle spielt und sehr kleine Range hat, aber gut. Und der dritte sagt so, boah, es ist richtig cool, wie er in kürzester Zeit irgendwie der bestbezahlteste Schauspieler Hollywoods geworden ist. Ist er, glaube ich. Also das ist cool. Das erkenne ich zum Beispiel an. Das ist direkt so etwas, wo ich dann sage, okay, wow, das ist in so kurzer Zeit so krass erfolgreich geworden. Krass. So, gut für ihn. Und jetzt nehmen wir einfach mal so, du zählst dich da auch ins eine Camp und jetzt zum Beispiel, so wie ich halt so mich direkt da hingezogen gefühlt habe, so okay, der ist in kürzer Zeit schnellster, höchstbezahltester, schnellster Schauspieler geworden, genau. Krass. So, das hat er was richtig gemacht. Gut für ihn. Ich kann mich zum Beispiel nicht mit dem besten Wrestler oder guter Wrestling-Karriere anfreunden, so, das interessiert mich nicht. Würde auch sagen, habe auch, ich glaube nicht, dass es der beste Schauspieler jemals ist oder ein guter Schauspieler ist oder so. Dass jemand anderes würde das aber sagen. Und das ist eben genau das, was auch die positive Seite der Projektion ist. Was wir in jemand anderem anerkennen, das haben wir selber auch in uns. Heißt das jetzt, dass ich irgendwie Schauspieler werde oder bestbezahltester Schauspieler oder irgendwie Schauspieler generell irgendwie oder nach Hollywood gehe oder was auch immer. Nee, keine Ahnung. Aber da ist halt irgendeine Projektionsfläche, irgendetwas, was ich in ihm sehe, was ich vielleicht von ihm mir abschauen kann. Vielleicht werde ich ja Schauspieler, wer weiß. Oder vielleicht werde ich dann doch Wrestler oder so. Kann sein. Jedenfalls, das ist die positive Seite der Projektion. Die negative Seite der Projektion, das ist halt so, da sprechen wir von unserem Schatten. Also das sind halt die Teile der Persönlichkeit, unserer Persönlichkeit, die wir nicht so gerne sehen wollen. Das sind die Teile, die wir halt so in unser Unbewusstsein runtergestopft haben. Also, kannst du dir vorstellen, es gibt halt das Wachbewusstsein. Das ist halt so quasi wie das Licht, der Lichtkegel. Und dann gibt es das Unterbewusstsein. Und dann gibt es das Unbewusstsein. Ja, das ist so der Level da drunter. Und dieses Konzept stammt damals von Freud und Jung. Und der Schatten ist einfach nur eine Metapher, um entsprechend dem Ganzen einen bildlichen Wert zu geben, damit wir das irgendwie verstehen. Ich glaube, es geht aber noch nicht tief genug, es ist noch nicht genau genug. Nicht, dass ich es besser wissen würde als Freud und Jung. Das ist gar kein Fall. Ich versuche jetzt gerade mal nur noch ein bisschen klareres Bild zu malen. Und du kannst dir das Ganze so vorstellen wie zum Beispiel ein Keller. Oder so ein Kellerabteil. Und wie es halt so ist, also der Keller generell steht auch in der Psychologie zum Beispiel für das Unterbewusstsein. So, weil wir halt so einfach da Dinge ablegen und dann aus den Augen, aus dem Sinn, aber sie sind eigentlich immer noch da. Und das ist halt so irgendwie, du hast einen kaputten Kühlschrank und willst jetzt irgendwie nicht, willst jetzt keinen Sperrmüll anrufen oder ihn auf den Wertstoffhof bringen und so weiter. Oder auch nicht irgendwie auf den Sperrmüll sneaken von deinem Nachbarn. Sondern so, du packst oder du wartest halt darauf, bis dein Nachbar mal Sperrmüll anruft. Packst ihn halt dann in deinen Kellerabteil. Und du weißt halt, dass er da ist. Und ich erinnere mich noch so, wie damals halt so das bei meinen Eltern war. Wir hatten halt auch diese Kellerabteile und die waren halt so nach einer gewissen Zeit dann einfach voll. Und dann so alle vier Jahre oder so haben wir die dann ausmisten müssen. Und dann war halt immer so komisch, da haben wir so dann immer die Tür geöffnet, weil es aufgeräumt war. Und dann war so irgendwie so viel Platz, da ist ja so viel Raum. Und nach kurzer Zeit war das halt auch genau wieder dieser Raum gefüllt. Und dann vier Jahre später durften wir schon wieder dann das ausmisten oder so. Aber du kannst es dir so vorstellen mit dem Kellerabteil, du machst halt in dem Kellerflur, machst du Licht an und dann öffnest du die Tür zu diesem Abteil. Und dann kommt dieser Lichtkegel da rein und alles, was der Lichtkegel berührt, ist erstmal dein, also der Keller ist dein Unterbewusstsein. Ja, also du selber als Wachbewusstsein, du bist die Person, die in den Keller geht, du bist das Wachbewusstsein. Und dann öffnest du die Tür und alles, was das Licht berührt, das ist so Unterbewusstsein. Ja, also das ist so, dass dem Ganzen, da hast du schon so die Idee, dass es da ist. So, da weißt du, dass es da ist, du weißt, wo du gewisse Informationen findest in deinem Unterbewusstsein und so. Und dafür musst du einfach nur bewusst in den Keller gehen und Licht darauf scheinen. Der Schatten ist alles das, was der Lichtkegel nicht berührt. Das ist das Unbewusstsein. Nicht das Unterbewusstsein, sondern da drunter, wir wissen nicht, wie groß es ist, das Unbewusstsein. Und da sitzen dann zum Beispiel Dinge, die wir aufgrund von Kindheitstraumata dort eingelagert haben. Und diese Kindheitstraumata, also das sind häufig Kindheitstraumata, ich würde sagen 90 Prozent der Fälle. Die anderen 10 Prozent sind so Sachen, die nicht unbedingt in unserer Kindheit passiert sind. Aber das kann halt zum Beispiel sein, so Mitte 30 hattest du einen Autounfall. Und aufgrund des Autounfalls hast du dann irgendwie gelernt, dass du, also hast du eine Überlebensstrategie entwickelt und hast dann gelernt, dass du Menschen einfach nicht mehr vertrauen kannst. Nicht irgendwie, weil sie dir was Böses wollen, sondern weil du glaubst irgendwie aufgrund deines Autounfalls, dass Menschen nicht fähig sind, irgendwie schwere Geräte zu bedienen oder sowas oder Autofahren sollten oder generell irgendwie keine guten Entscheidungen treffen können oder generell was auch immer. Und aufgrund dieses Misstrauens bist du dann sehr kontrollierend geworden und Mikro-Managing-Weltmeister geworden, so um diesen Satz zu beenden. Also du hast gelernt, Mikro zu managen. Das heißt irgendwie immer das kleinste Ding irgendwie, wenn du hast einen Gast bei dir zu Hause und der stellt ein Glas auf den Tisch ab, dann hebst du das Glas hoch und machst einen Untersetzer drunter oder was auch immer sagst, sagst einem Freund, der gerade irgendwie sich einen Kaffee bestellt, bestell lieber einen Cappuccino hier, der ist besser. Das ist alles so Mikro-Managing, weil du halt nicht traust, dass jemand seine eigenen Entscheidungen treffen kann, dass jemand sein eigenes Leben führen kann. und es nicht ertragen kann, dass jemand zum Beispiel vielleicht eine falsche Entscheidung trifft oder du eine falsche Entscheidung triffst oder eine falsche Entscheidung von jemand anderem dein Leben in Mitleidenschaft zieht. Das ist Mikro-Managing und das ist halt Kontrolle, das ist Kontrolldrang, Kontrollzwang und das kommt zum Beispiel aus Misstrauen. Das kann zum Beispiel von einem kleinen Autounfall oder so kommen aus der nahen Vergangenheit oder aber auch aus deiner Kindheit. Also die meisten Traumata stammen tatsächlich aus der Kindheit und einige Menschen sagen so, dass zum Beispiel auch Traumata, so Beziehungstraumata aus der letzten Beziehung kommen. Ich bin einer anderen Meinung, weil Beziehungstraumata oftmals schon gelegt wurden, also warum wir dann zum Beispiel eine schlechte Beziehung haben oder warum wir so leiden nach einer Beziehung oder nach einer Trennung, so wenn du darunter leidest, dann hat das eigentlich den Ursprung in der Kindheit. Oder noch viel früher, ja, also oftmals. Also wir haben auch viele Traumata, die vererbt sind und glücklicherweise geht die Psychologie da immer mehr rein, einfach am genetisches Gedächtnis. Da muss ich jetzt einfach mal einen kleinen Rant raushauen. Es wurde ganz lange belächelt in der Psychologie, transgenerationales Trauma. Das ist alles Wuhu, das ist alles Homöopathie oder was auch immer, das ist alles so New Age, was auch immer. Gleichzeitig wussten wir aber, dass es genetisches Gedächtnis gibt. Also genetisches Gedächtnis kannst du dir vorstellen, das ist so, wir haben eine Ratte und die wird vor ein Labyrinth gesetzt und dann wird gemessen, wie schnell sie da durchgeht und dann hat man eine Zeit, so angenommen, es dauert eine Minute und dann hat diese Ratte nachkommen und dann werden die Kinder da durchgeschickt und die Kinder können das schon ein bisschen schneller, die sind nach 55 Sekunden durch oder so, nach 50 Sekunden. Also kein großer Unterschied, im Prinzip so, vielleicht einfach nur alles Zufall, obwohl man das halt auch mit hunderten von Ratten gemacht hat. Aber die nächste Generation, die schafft dieses Labyrinth in einer signifikant größeren, schnelleren Zeit. Also das heißt plötzlich nur noch in 40 Sekunden, in 30 Sekunden oder so. Das ist genetisches Gedächtnis und das vererbt sich. Also wir haben gewisse Erinnerungen und gewisse dann dadurch auch Traumata, die wir in uns vererben. Das ist einfach nur eine Ausprägung, eine psychologische oder physiologische Ausprägung von diesen Dingen, die halt in unseren Zellen, in unserem Zellgedächtnis gespeichert ist. Abseits davon, das ist, und jetzt ist hier eine spirituellere Seite des Ganzen, abseits davon ist, obwohl es auch eine psychophysische Seite mittlerweile ist, physikalische Seite ist, wir haben natürlich auch ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld wird beeinflusst von unserem Herz, von unserem Gehirn, von den kleinen Magnetfeldern oder den ursprünglichen Magnetfeldern in unserem Körper. Manche kennen diese Magnetfelder auch als, oder die ursprünglichen dieser Magnetfelder als Chakren. Und glücklicherweise findet die Wissenschaft auch immer mehr den Zugang dazu. Das sind halt so Begriffe, so Chakren und so weiter, wo einige dann die Augen rollen, aber mittlerweile, glücklicherweise, findet auch die Wissenschaft mehr Begriffe dafür, wo dann auch der augenrollende Mensch glücklicherweise auch zu diesen Schlüssen kommt. Aber gut, kleiner Rant zu Ende. So, wo war ich stehen geblieben? Traumata. Traumata sind, ja, die prägen uns. Und das Ding ist, Männer sind sich oftmals so gar nicht bewusst darüber, dass sie das haben. So, denen ist halt irgendwas in der Kindheit passiert und sie sagen dann so, ja, aber so schlimm war das nicht. So, ich wurde jetzt nicht irgendwie großartig misshandelt oder sowas, obwohl wir halt auch, es kommen Männer in unser Coaching, so, die wurden als Kind verprügelt und weggesperrt und so weiter. Gerade diese Woche, der Teilnehmer hat gesagt, dass er als Kind von seinen Eltern irgendwie dann, wenn er laut war oder mal irgendwie aufgefallen ist, in einen dunklen Raum gesperrt wurde vor ein paar Stunden, damit er sich beruhigt. Und der hat darüber ganz, ganz, ganz lässig geredet, so als ob das ja gar nicht so schlimm gewesen wäre. Aber das ist fucking schlimm. So, das macht man nicht mit einem Kind. So ein Kind weiß nicht, was gerade los ist. Gerade du als Kind, also bis zu einem gewissen Alter, beziehen wir alles auf uns. Wir glauben bis zu einem gewissen Alter als Kind, dass sie das Universum um uns dreht. Und das bedeutet halt so irgendwie, Mama und Papa streiten sich, weil Papa zu spät von der Arbeit gekommen ist und Mama mit dem Essen auf ihn gewartet hat. Und ja, das ist ein Rollenbild, was ich hier gerade mal, wovon einige das nicht gerne hören möchten. Mutter hat gerade gekocht, ja. So, und das Essen ist kalt und die streiten sich darüber. Aber du als Kind denkst dann, okay, das liegt an mir. Obwohl du vielleicht schon einen rationalen Zugang hast und sagst, ja nee, es ist ja, weil er zu spät gekommen ist und nicht Bescheid gesagt hat oder so. Aber dein Unterbewusstsein, das weißt du es nicht. Das Unterbewusstsein bezieht das auf sich. Und du kannst halt nur gerade schauen aus der rationalen Sicht, falls du das jetzt gerade gemacht hast, weil du als Erwachsener jetzt darauf zurückblickst. Damals aber, mit vier, hattest du diese Weitsicht noch nicht. Dein Gehirn ist einfach noch nicht entwickelt gewesen mit dieser Kapazität. So, daher beziehst du halt diese Dinge auf dich. Und so entstehen dann zum Beispiel Traumata. Das ist nicht so irgendwie, dass deine Eltern das irgendwie böse meinen oder so. Einige, also generell so, das ist ein ganz, ganz niedriger Prozentsatz, der ganz bewusst Dinge, also Schaden gegenüber den eigenen Kindern anrichtet. Weil wenn du dich mal mit Traumata beschäftigst, dann wirst du sehr schnell herausfinden, dass wir alles eigentlich nur noch Kinder sind. Also wir sind alles Kinder, die plötzlich eines Morgens aufgewacht sind und Verträge unterschreiben konnten. Und dann hieß es, du bist jetzt erwachsen und musst jetzt irgendwie Verantwortung übernehmen. Das macht aber überhaupt keinen Sinn für unser Unterbewusstsein. Oftmals hat mein Handeln Konsequenzen größerer Natur. Das ist komisch. Und diese Traumata, die uns zugefügt wurden oder die passiert sind, oftmals hat da niemand was dran schuld. Und das sind halt dann auch so kleine Dinge, von denen du vielleicht denkst, mir ist nichts Großartiges passiert, aber es muss halt nicht großartig was gewesen sein. Aber dann Jahre später stellst du fest, dass du halt irgendwie den Mund bei Frauen nicht aufkriegst. Und dann schauen wir uns das an. Und dann stellen wir fest, dass vielleicht damals deine Mutter dir gesagt hat, sei nicht so laut, du störst. Und dann hast du vielleicht gelernt, okay, damit ich meine Mutter nicht verärgere, die einfach eine wichtige Bezugsperson in meinem Leben ist, damals als Kind, damit ich ihre Liebe und Anerkennung, was die überlebenswichtig für mich ist als Kind, damit ich das nicht verliere, bin ich lieber nett zu ihr und anscheinend bin ich zu laut und störe sie. Deswegen bin ich ab sofort heise und störe nicht mehr. Und dann kriegst du vielleicht deine Anerkennung daraus, dass deine Mutter über dich sagt, ach, der ist ja so ruhig, den siehst du und hörst du nicht. Das ist ja fantastisch. Das ist ein so ruhiges Kind. Und dann freust du dich darüber. Und dann bekommst du einfach immer mehr Bestätigung dafür, dass ruhig sein und nicht den Mund aufmachen und nicht gesehen und gehört zu werden, genau das Richtige ist und die mütterliche, weibliche Liebe in dein Leben zieht. Und dann bist du 30 Jahre älter, Mitte 30, Mitte 40 oder was auch immer, und dann stellst du fest, dass du seit Ewigkeiten alleine bist, vielleicht immer noch Jungfrau bist und super Angst davor hast, auf Frauen zuzugehen. Super Angst davor hast, irgendwie den Mund aufzumachen, dich zu zeigen, glaubst, dass du eine Rolle spielen musst. Oder aber auch, oder da drüber hinaus, also draufgesetzt auf das Ganze, versuchst du vielleicht sogar, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich über Kommentare spreche, dann versuchst du vielleicht sogar, auf Frauen zuzugehen. Und ich spreche jetzt eigentlich nicht nur über Kommentare, ich spreche auch über eine ganze Masse an Männern, die einfach super, super verletzt sind, und aber anstatt sich auf ihre Verletzung, auf ihre Verletzung zu schauen, lieber mit dem Finger auf andere zeigen. Und zeigen sie halt irgendwie auch Frauen, so dass die halt alle böse sind und so weiter. Oder auf jemanden, der ihm helfen möchte, so zum Beispiel auch uns. Das kann ja gar nicht sein. So ihr sagt mir, dass ich gut genug bin, das stimmt ja nicht. Was willst du machen? Also du kannst halt daran glauben, so dass du halt jetzt schon gut genug bist, und dass du jetzt schon liebenswert bist, oder du glaubst halt daran nicht, und dann findest du ganz viele Beweise, also für beides. Also du kannst halt Beweise dafür finden, dass du gut genug bist, oder Beweise dafür finden, dass du halt nicht gut genug bist. Die Frage ist am Ende des Tages, was fühlt sich besser an? Und fühlt es sich nicht besser an, zu glauben und zu wissen über dich selber, dass du gut genug bist? Aber ich schweife ab. Also diese Männer, also oftmals erkennen sie dann, oder denken dann, ja okay, das kann halt nicht sein, so dass ich, dass Frauen mich mögen, oder so, oder so kann das Ganze nicht funktionieren, weil ich hab das halt mein Leben lang noch nicht so gesehen. Und das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Traumata geht. Oder um auch Projektion. Und das ist das. Hintertrauma, Projektion, und dann komm ich gleich nochmal auf den Schatten zurück, und wie wir Schattenarbeit machen, damit wir, eigentlich mach ich gerade hier schon Schattenarbeit mit dir, damit wir das lösen können. So Projektion ist halt, das was du über dich selber kennst. Du zeigst mit einem Finger auf jemand anderen, und die anderen drei zeigen auf dich. Und wir bekommen so Kommentare zum Beispiel auch so irgendwie, weil wir halt, eine Sache, also wir sagen halt dann eine Sache, so du bist gut genug, und dann meckert jemand in den Kommentaren, und dann sagen wir zum Beispiel so, das macht für dich jetzt einfach noch keinen Sinn, ins Coaching zu kommen, oder du bist nicht im Coaching willkommen, weil du halt die ganze Zeit hier nur rumstenkerst. Und dann kommt halt da drunter als Kommentar, ja das sagt ja alles über dich. Wir zeigen immer ganz gerne mit dem Finger auf jemand anderen, oder also wir nehmen halt die andere Person als Projektionsfläche, weil wir halt uns auch nur selber kennen. Das Beispiel mit dem Autofahrer, der dir die Vorfahrt nimmt, ist halt so, du denkst halt über dich selber, dass du, also entweder denkst du über dich selber, also jemand nimmt mir die Vorfahrt, du nennst ihn, oh du Arschloch, sowas nimmst du mir die Vorfahrt, du Penner und so. Entweder denkst du über dich selber, dass du andere ausnutzt und über andere hinweg schaust, oder du denkst über dich selber, dass andere das die ganze Zeit machen. Was du aber nicht denkst, ist, dass jemand ein Versehen gemacht hat, weil das jemand ein, ja, das aus Versehen gemacht hat, dich vielleicht einfach nur nicht gesehen hat. Wenn du jemanden einfach so nicht, also zum Beispiel jemandem die Vorfahrt nimmst, aus Versehen, dann wirst du vielleicht über dich denken, ja, weil aus Versehen, der soll sich mal nicht so aufregen, ja, also du hast schon direkt eine Kommunikation in deinem Kopf, also ein Gespräch in deinem Kopf mit, imaginär mit diesem Autofahrer, der dich beschimpft und du nimmst direkt die Verteidigungsposition ein oder, also Verteidigungsposition, indem du ihn angreifst oder Verteidigungsposition, indem du dich klein machst, oh, sorry, ich hab dich nicht gesehen, hoffentlich ist der mir nicht böse, schnell ganz, ganz oft hier den, so Hand in den Rückspiegel zeigen, damit er, damit er sieht, so ich entschuldige mich, es tut mir ganz, ganz doll leid und machst dich auch einfach körperlich kleiner. Oder du gehst halt, wie gesagt, in den Angriff über, ähm, weil du denkst, dass dieser jemand das über dich denken könnte, aber du hast halt keine Beweise dafür. Du könntest halt auch einfach denken, okay, der, ich hab ihn versehentlich nicht gesehen, zum Glück ist nichts passiert und er ist genauso glücklich darüber wie ich und hat das Ganze jetzt schon wieder vergessen. Das könntest du halt auch sehen. Aber dadurch, also das ist halt ein ganz guter Spiegel für dich. Wenn du jemand anderen als irgendwie im Straßenverkehr, gerade die Deutschen im Straßenverkehr, wenn du jemand anderen als, ähm, als dies und das bezeichnest, dann ist das Ganze schon in dir. Entweder, weil du selber, weil du selber weißt, dass das in dir ist und weil du selber so handelst, weil du selber andere Leute übervorteilst oder weil du denkst, dass die ganzen, weil Leute dich die ganze Zeit übervorteilen. Ja. Also wenn, vor einiger, einiger Zeit, vor 700 Folgen haben wir eine Folge über, über, ähm, Selbstvertrauen gemacht. Und eine der Kernaussagen da drin ist, du kannst anderen nicht vertrauen, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Wenn du anderen nicht vertraust, dann liegt es am Ende des Tages da drin, dass du dir selber nicht vertraust. Dass du selber sagst, wenn ich in seinen Schuhen wäre, würde ich das auch nicht machen. Also wenn ich in seinen Schuhen wäre, würde ich genauso handeln, wie ich denke, dass er jetzt handeln würde. Daher vertraust du dir selber nicht. Also daher vertraust du anderen nicht und einfach, weil du kein Selbstvertrauen hast. Weil du dir selber ganz oft Versprechen gegeben hast und gesagt hast, dass du handelst so glanzvoll nach, nach, äh, wie sagt man, heiligenmäßig nach, nach diesem Weg, aber dann bist du dann trotzdem davon abgekommen und abgewandelt und hast dann doch nicht danach gehandelt. Also, kleinstes Beispiel, ähm, ich gehe jetzt jeden Morgen joggen und hast es halt nie gemacht und das schadet halt deinem Selbstvertrauen. Und dadurch vertraust du auch anderen nicht. Dadurch vertraust du anderen nicht, dass sie ihr Wort halten, weil du selber dein Wort nicht hältst. Ja? Das sind halt diese, auch in diesen kleinen Dingen. Und da startet halt schon dann die Projektion. So, du, du glaubst nicht, dass jemand anders anders handeln könnte, weil du selber nicht anders handelst. Weil du selber nie erfahren hast, dass du anders handeln kannst. Und deswegen zeigst du halt mit dem anderen, also jetzt nicht du, ne, jemand anderes. Du auf gar keinen Fall. Du bist das nicht. Sind, sind andere. Ähm, also, wir haben alle Projektionen, ja. Ich hab, ich hab jetzt ja auch schon mehrfach Projektionen gezeigt in dieser Folge. Ich bin kein Heiliger. Absolut nicht. Aber mir fallen halt diese Dinge auf und jetzt ist auch meine, meine, meine Aufgabe, auch meine selbst erlegte Aufgabe hier, da ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Weil es, wie ich finde, auch ein interessantes Thema ist. Das Thema Projektionen. Weil wenn wir das mal sehen, so irgendwie, wenn, also gerade das Thema verurteilen, andere verurteilen die ganze Zeit. Das ist, ähm, das ist halt eine, das sagt halt alles über uns selber aus. Und ich tue mein Bestes hier gerade auch halt irgendwie niemanden ganz bewusst zu verurteilen, ganz bewusst halt zu sagen, so, guck mal, der ist schlimm. So, weil das, das denke ich auch nicht. So, ich hoffe, das kam nicht, kam nicht rüber irgendwie bisher. Weil das ist, das ist auch nicht das, was ich denke. So, weil ich sehe, dass, dass, dass jeder einfach nur ein verletztes kleines Kind ist. Und wir müssen manchmal dann hindern, also was heißt manchmal, im besten Fall helfen wir jedem, der Hilfe benötigt. Und wir bieten auch Hilfe an. Aber wenn diese Hilfe halt irgendwie zweimal abgeschlagen wurde, dann gibt's halt keine Hilfe mehr. So, oder keine Ahnung, ob das eine Analogie ist oder so, von einem Mann, der leidet Schiffbruch mitten auf dem Ozean oder, ja, der leidet halt Schiffbruch und kreilt sich an so eine Planke fest und betet. Und dann sagst du, oh, lieber Gott, bitte schick Hilfe, ich will nicht sterben. Oder bitte rette mich. Lieber Gott, bitte rette mich, ich will nicht sterben. Dann kommt wenig später ein Boot vorbei und sagt so, oh, hier, ich hab dich grad gesehen, so ein Fischerboot kommt vorbei, hab dich grad gesehen, hier, steig auf, ich bring dich, ich bring dich zur Insel. Und dann sagt der, sagt der, 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 der Schiffbrüchige, ach, nee, danke, ähm, Gott, Gott wird mich schon retten. Und der Fischer sucht mir den Schulter und fährt weg. Zwei Stunden später kommt ein nächster Fischer vorbei und sagt so, ey, hier, was ist denn hier los? So, hüpf rauf, ich bring dich zur Insel. Und der Ertrinkende sagt wieder, die Schiffbrüchige sagt wieder, nee, danke, Gott wird mich retten. Und Fischer schippert weg und der Schiffbrüchige Ertrinkt. Und dann ist er im Himmel, steht vor Gott und fragt ihn, sag mal, warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott schaut ihn an und sagt, Alter, ich hab dir zwei Boote geschickt. Ja, das ist, das ist so die, diese, diese Analogie hinter, ähm, ja, hinter dem, dem, der Projektion, hinter, ähm, mit dem Finger auf jemanden zeigen, weil das Ding ist so, wenn, wenn halt so die, die Hilfe nicht ankommt oder halt so die, ja, wenn was Hilfe ankommt, so, dann wird halt auch nicht mehr geholfen, sondern will halt diese Person gerade diese Erfahrung machen. Und dann ist das okay. Und verurteilen, also das, das, was ich denke, also was auch Andi denkt, so, wir sind alles kleine, verletzte, kleine, verletzte Kinder und wir versuchen, deswegen sitzen wir auch alle im selben Boot. Mann wie Frau, du wie ich, ja, wir sitzen alle im selben Boot und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Ähm, wir sind, wir sind alle, wir wollen alle ein gutes Leben haben. Und dann ist das aber auch so eine Sache mit, mit Projektion. Und jetzt habe ich ganz viele Fäden aufgemacht und jetzt will ich gerade nochmal zurückkommen auf das eigentliche Thema, auf Projektion und Selbstbewusstsein und warum du eigentlich oder warum du immer noch nicht da bist, wo du, wo du gerne sein möchtest. Wenn du nämlich denkst, so, wenn du nämlich denkst, dass, dass, dass Frauen alle schlecht sind oder dass die Welt schlecht ist, dann ist es kein Wunder, dass du keine Beziehung hast. Dann ist es kein Wunder, dass du mit x Jahren immer noch keine Beziehung hattest, vielleicht immer noch Jungfrau bist, wenn du das gerne ändern möchtest. So, wenn du das sein möchtest, dann, cool, dann hast du ja alles schon erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Wenn, also, du musst dir mal vorstellen, so, du hast ein, du hast eine Hausparty und dann klingelt die Tür und du gehst zur Tür, machst die auf und du freust dich, weil es ist deine Party, dann machst du die Tür auf und dann steht da ein Gast und dein, dein Gesicht fällt so zusammen und denkst dir auch, scheiße, was machst du denn hier? Was glaubst du, wie lange dieser Gast gerne bei dir bleibt? Was glaubst du, was dieser Gast über dich denkt und ob er auch nochmal wiederkommt? Wahrscheinlich wird er nicht nochmal wiederkommen, wahrscheinlich wird er auch gar nicht so lange bleiben oder direkt wieder gehen und wird anderen über dich erzählen, was du für ein komischer Typ bist. Ja? Jetzt stell dir aber vor, du machst die Tür auf und sagst so, krass, dass du hier bist, ich wusste gar nicht, dass du kommst, komm rein, richtig cool, dass du es eingerichtet hast, hier sind so viele Menschen, die ich dir vorstellen möchte. Was glaubst du, wie lange dieser Gast bleiben möchte? Was glaubst du, wie gut sich dieser Gast bei dir fühlt? Was glaubst du, was dieser Gast später anderen über dich erzählt? Wahrscheinlich nur Gutes, oder? Und das ist, das ist die einfachste, die einfachste Analogie, die wir einfach mal so mitnehmen können, wenn wir, also, weil ich sehe das so oft, dass alleine in den Kommentaren, aber auch bei Menschen, bei Männern generell, dass die einfach neidisch gegenüber dem Erfolg anderer sind. Neidisch oder eifersüchtig gegenüber das Leben der anderen. Eifersüchtig über den Erfolg bei einer gewissen Frau oder bei Frauen generell gegenüber anderen Männern. Und dann haben diese Männer entsprechend auch nicht dieses Leben. So, weil sie halt die ganze Zeit sagen, diese Frau will ich haben, aber nicht, wenn sie mit jemandem wie dem redet. So, wenn ich generell über irgendwie über etwas schlecht denke, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich es nicht habe. Das ist beim Thema Geld, das ist beim Thema Beziehungen, das ist beim Thema Gesundheit, das ist bei allem im Leben. Lasst uns doch mal aufhören, so kurzsichtig zu sein. Ja, also, ich nehme noch mal das Beispiel der Kommentare, weil es ein so guter Nährboden für Projektionen ist, wie gesagt. Da sagen Menschen darüber irgendwie, ja, es gibt Leute, die sich halt das Coaching nicht leisten können. So, das muss ja nicht sein. Natürlich hast du, natürlich hast du ein gutes, oder habt ihr ein gutes Leben, weil, weil das Coaching kostet halt auch so und so viel, aber es gibt Leute, die können sich das nicht leisten. Okay, wir haben auf euch gehört, es gibt auch das Coaching, du kannst das Coaching halt auch kostenlos machen, musst dafür ein Formular ausfüllen. Und so, okay, wo ist dein Argument jetzt? Es gibt halt ein Stipendium dafür und du kannst halt dann eine kleine Variante des Coachings machen. Und, aber natürlich arbeiten wir halt auch nicht umsonst. Und so, das wäre halt auch, also, wo ist das Problem da drin? Zu sagen, so, das ist meine Arbeit und dafür möchte ich gut leben, davon möchte ich gut leben können. Und das Ding ist, das willst du ja auch, auch selber für dich. Also nicht nur, dass wir von unserer Arbeit gut leben können, sondern du willst ja auch von deiner Arbeit gut leben. So, und das ist ja auch schon dann der Gedanke über Geld, das Mindset über Geld. Wenn ich sage, irgendwie jemand anderes darf von seiner Arbeit nicht gut leben können, sage ich über mich selber, dass ich es nicht wert bin, dass ich Geld nicht wert bin, dass Geld schlecht ist. Und wenn ich sage, dass Geld schlecht ist, was glaubst du denn, ob Geld nochmal wiederkommt oder seinen Freunden davon erzählt, wie ich mit dem Geld umgehe? Glaubst du, dass Geld auf deine Party kommt? Das gleiche ist mit dem Thema Frauen, eine Beziehung. Wenn ich sage, aber nicht so geil, dass du eine Beziehung hast oder wenn ich rumgehe, durch die Welt gehe und dann irgendwie über eine hübsche Frau sage, dass sie ja nur mit dem anderen Typen zusammen ist, weil er reich ist oder weil er, keine Ahnung, weil sie, was auch immer, ja, also was auch immer, weil er gut aussieht oder weil sie so und so denkt, weil sie so oberflächlich ist oder weil er so, was auch immer ist. So, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich Single bin. Das ist doch ganz einfach. Wenn ich die ganze Zeit über das Thema Beziehung, über Frauen generell sage, dass sie schlecht sind, dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass ich alleine bleibe. Und das führt dann halt natürlich auch dazu, weil ich ja mein Gesicht wahren möchte, alles Schatten, alles Kindheitstraumata. Das führt ja dann dazu, dass ich dann sage, also weil ich ja mein Gesicht wahren möchte, dass ich dann lieber alleine bleibe. Ja, dann brauche ich Frauen ja auch nicht. Ja, mir geht es auch ganz gut ohne Frauen. Was ein Bullshit. Also sorry, du musst dir doch selber auch diesen Bullshit nicht erzählen. Du kannst uns diesen Bullshit ganz lange erzählen, also ganz oft erzählen. Es ist mir völlig egal, ob du dir das erzählst. Ich konzentriere mich lieber auf die Männer, die sagen, ich will das ändern. Da geht meine Energie rein. Aber du brauchst dir doch selber diese Lüge nicht erzählen, weil am Ende deines Lebens wirst du dann da sein und dann einfach alleine sein. Warum machst du denn alles in deinem Leben, wenn nicht um irgendwie jemandem etwas zu hinterlassen? Warum machst du irgendetwas in deinem Leben, um die Zeit nicht mit jemand anderem zu teilen, um das mit jemand anderem zu verbringen? Das ist ja ein Grund, warum Social Media oder auch Instagram ganz besonders so groß geworden ist, weil wir Dinge mit anderen Leuten teilen konnten, die gerade nicht da waren. Wir konnten Momente teilen, Fotos teilen. Natürlich ist das Ganze dann auch irgendwie sehr oberflächlich geworden und was auch immer. Aber da gibt es ja auch dann wieder eine Gegenbewegung und so weiter. Das ist alles immer so ein Spiel. Aber das ist in der Natur des Menschen, das ist auch das, was halt so viele Menschen sagen mit, oder einfach fälschlicherweise, Menschen sagen mit, mir ist egal, was andere über mich denken. Nein, ist dir fucking nochmal nicht. Dir ist nicht egal, was jemand anderes über dich denkt. Du bist ein Mensch, wenn du das hier hörst. Du bist ein Mensch, wenn du denkst, ja, wenn du denkst, mir ist egal, was andere über mich denken. Dann kannst du das nur denken, weil du ein Mensch bist. So, das stimmt halt aber einfach nicht. Das ist Trotz. Das ist das trotzige kleine Kind in dir, das einfach aber nur Liebe haben möchte. Und das ist auch, auch der, das ist der, die Triebfeder. Das ist die große, große Triebfeder unter all diesen Kommentaren. Das ist das, was ich sehe. Und all diese Triebfeder unter Internet-Trolls, unter, 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 unter Leuten, die dich gemobbt haben, vielleicht damals. Oder wenn du gemobbt hast. Das ist die große Triebfeder. Wir wollen einfach nur Anerkennung haben. Das ist das Einzige, was wir wollen am Ende des Tages. Wir wollen Anerkennung, wir wollen Liebe haben. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir in einer Community sind, in einer Gruppe sind, die sich, die sich umeinander kümmert, in der wir uns gut aufgehoben fühlen und in den wir auch anderen, wo wir auch andere aufnehmen. Das ist das Einzige, was wir wollen. Wir sind soziale Kreaturen. Wir brauchen das nicht verneinen. Jeder, der das Gegenteil behauptet, hat keine Ahnung. Sorry, das muss ich einfach mal gerade so sagen. Jeder, der das Gegenteil behauptet, ist einfach gefangen in Stolz, in Hybris, in Arroganz. Und Arroganz ist nicht Selbstbewusstsein. Arroganz ist Ego. Arroganz ist die höchste Stufe der negativen Bewusstseinsebenen. Der niedrig schwingenden Bewusstseinsebenen. Deswegen verwechseln wir das ja oft mit Freude oder Selbstbewusstsein. Aber ist es nicht. Es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Es ist ein Ich bin besser als du oder du bist besser als ich Gedanke. Aber das stimmt nicht. Wir sind alle gleich gut. Du bist genauso gut wie ich. wie Andi, wie die Frau, die gerade an dir vorbeigelaufen ist. Wir sind alle gleich gut. Wir sind alle gleich wertvoll. So, und das ist der, das ist halt so das große Ding. Ich spreche gerade mit dieser, mit dieser Intensität darüber und auch mit dieser, mit diesem Unverständnis. natürlich verstehe ich das, aber halt mit diesem, mit dieser, mit dieser Wortwahl darüber. Weil oftmals, ne, reichen halt die zwei Händen helfen, Händen helfe, helfen den Händen nicht. So die zwei Boote, die gekommen sind, die reichen halt oft nicht. Dann muss halt dann die, als drittes, als dritte Eskalationsstufe, die Stimme kommen, die sagt so, Junge, wach mal auf. Hör doch mal auf, so ein Opfer zu sein. Hör doch mal auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und sieh mal, dass die anderen drei Finger auf dich zeigen und arbeite mal da dran. Was du in anderen erkennst, was sie irgendwie falsch machen in dieser Welt. Das ist das, was in dir steckt. Und das ist das halt auch so mit, so Triggern, ist ja glücklicherweise, glücklicherweise, ein bekannteres Wort geworden, wegen Triggerwarnungen, die halt nicht funktionieren. Und es ist halt absoluter Käse auch. Also es ist ja offensichtlich, dass Triggerwarnungen nicht funktionieren und halt mehr Menschen unglücklicher machen. So, wenn, wenn ich halt die ganze Zeit sage, Vorsicht, wenn du hier lang gehst, dann kannst du dich verletzen oder dann kann das ein bisschen anstrengend werden. Dann wachse ich halt auch nicht. Das ist halt, also wenn du, wenn du guten Wein haben willst, dann, also gute Weinbauer, oder Weinbauer überall auf der Welt, die bewässern den Wein halt nicht so oft. Wenn man denkt, ist ja kontraintuitiv oder kontraproduktiv. Du willst halt doch eine gute Pflanze haben. Nee, du willst eine starke Pflanze haben, die das Beste aus den Ressourcen macht. Deswegen wässerst du die nicht so oft und deswegen werden dann die Weintrauben auch dicker und saftiger und besser für Wein oder zum Essen und so weiter. Ja, also, wir müssen im Leben kämpfen. Wir müssen im Leben unbequem sein, unkomfortabel sein, die Komfortzone erweitern, damit wir wachsen. Und das Gegenteil davon ist halt jammern. Ist halt so, sich zu weigern, auf den Pfad, auf die eigene Heldenreise zu begeben. Das ist so, als ob Gandalf zu Frodo kommt und sagt so, du, hier ist ein Ring, den musst du mal nach Mordor bringen. Und Frodo sagt so, boah, nee, ist ja voll weit. Lass mal, find mal wen anders. Hab ich keine Lust drauf. Warum ich denn schon wieder? Was krieg ich denn dafür? Wäre ein echt langweiliger Film, oder? Aber das ist halt der Film, den halt so viele Menschen da draußen schreiben über sich selber. So, die bekommen die ganze Zeit den Call to Action. Hier ist deine Heldenreise. Geh los. Und dann machen sie es nicht und jammern stattdessen. Und deswegen hebe ich auch dann ab und zu jetzt hier auch mal meine Stimme, weil die zwei helfenden Hände, die du sonst halt im Podcast bekommst, und halt auch überall anders. So, wir sind nicht die einzigen Menschen, die das machen. Such jemand anderen. Passt, ja, die Menschen, die Männer, denen wir helfen, oder die, die sich mit uns gut fühlen, gut aufgehoben fühlen, die kommen automatisch zu uns. Wir machen das seit über 13 Jahren. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir das die nächsten 13 Jahre machen. Ja, ähm, so. Projektion, Kindheitstraumata. Das Ding ist so, nichts davon ist deine Schuld. Also auch wenn ich sage, hör doch mal auf, ein Opfer zu sein. Nichts davon ist deine Schuld. Mit 100%iger Überzeugung, sage ich das. Nichts davon ist deine Schuld. Nichts davon ist deine Schuld, wie deine Eltern dich erzogen haben. Nichts davon ist ihre Schuld, wie sie dich erzogen haben. Was die gemacht haben. Nichts von dem, nichts deiner Traumata ist deine Schuld. Aber es ist halt so, wie die Ärzte gesagt haben, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Übertragen auf dich bedeutet das, es ist nicht deine Schuld, dass du dieses Leben führst. Dass du diese Gedanken, diese Traumata hast, die du hast. Das ist nicht deine Schuld. Aber es wäre deine Schuld, wenn es so bleibt. Weil du weißt jetzt, dass es anders ist. Das ist halt so jetzt, wie zum Beispiel Neo, der die beiden Pillen bekommt und sagt so, oder dann die Matrix gesehen hat und dann sagt, das ist eher so wie Cypher. Der Typ, der aus der Matrix wieder raus wollte. Oder wieder zurück in die Matrix wollte. So vielmehr. Der dann sagt so, ja, gefällt mir nicht. Hier muss ich ja was tun. Hier ist das Leben so unbequem. Ich gehe lieber zurück und führe lieber ein Leben, das einfach nur in meinen Gedanken stattfindet. Wo ich mir die Dinge einfach schön denken kann. Und das aber tatsächlich gar nicht so ist. Und das ist ja auch die grauenhafte Projektion jetzt mit VR, AR und AI. Und dass sich mehr Menschen immer mehr in sich verkriechen, dann einfach eine VR-Brille aufsetzen und ein gewisses Gerät dann in sich ihren Schritt legen und dann einfach den ganzen Tag auf Pornhub rumwanken und dann glauben, so, ja, das ist mein Leben. Und dann sitzen die aber immer noch bei ihrer Mutter im Keller. Und das ist traurig. Das ist traurig, weil da ist so viel Großartigkeit. Es ist so viel Großartigkeit in jedem Menschen vorhanden. Jeder von euch, jeder von uns hat die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Wenn ein Elon Musk das kann, wenn ein Jeff Bezos, ein Steve Jobs, ein Mahatma Gandhi, eine Mutter Teresa, ein Jesus, ein, wen haben wir noch? Habe ich gar nicht schon genannt? Gar nicht, habe ich schon genannt. Das kann. Dann kannst du das auch. Es ist kein Unterschied zwischen diesen Menschen, die ich aufgezählt habe, und dir. Warum sollte das anders sein? Wir haben so viele Beweise aus der Geschichte von Menschen, denen schlecht ging und die darüber hinausgewachsen sind. Das ist doch auch die Helden-Story, die wir feiern. Das ist genau die Story, die du in Star Wars gut findest. Die Story, die du in Herr der Ringe gut findest. In Harry Potter von mir aus. Der Junge, der von seiner Familie misshandelt wurde, unter der Treppe lebt, ist plötzlich derjenige, der die Welt rettet. Das ist die Heldenreise. Und du bekommst die ganze Zeit diesen Call to Action, den Ruf zur Reise, den Ruf zur Aktion, den Ruf über dich hinauszuwachsen. Und du ignorierst ihn die ganze Zeit. Das kann doch nicht sein. Du bist doch so viel mehr wert. Aber ich wollte eigentlich über Trauma sprechen. Da habe ich irgendwie abgeschwiffen. Aber gut, dafür habe ich halt auch die Zeit in diesen Folgen. So, Schatten. Traumata. Also dieses Traumata entstehen entsprechend, weil gewisse Dinge passieren. Also das kann halt Sachen sein, dass du halt, wie gesagt, misshandelt wurdest. Das können aber auch kleinere Dinge sein, die du einfach so abtust. Und Männer sind sehr gut darin, das einfach abzutun und zu sagen, so schlimm war das nicht. Aber es hat halt zu irgendetwas geführt. Und diese Dinge, die uns passieren, die sorgen halt dafür, dass wir heute der Mensch sind, der wir sind. Das ist nicht deine Schuld. Was wäre deine Schuld, wenn es so bleibt? Das heißt, ich lade dich dazu ein, das Ganze zu ändern. Ich habe schon ganz viel Schattenarbeit hier gerade hier mit dir gemacht, indem ich gewisse Dinge angesprochen habe. Und du wirst merken, ich habe einen Satz, den ich sehr oft sage, wenn ich Vorträge halte. Einen Satz, den ich sage, ist, ich hoffe, wie war der Satz? Ich hoffe, es fühlt sich hier niemand von dem, was ich hier gerade sage, angegriffen. Oder angesprochen. Ich hoffe, es fühlt sich hier niemand von dem, was ich hier gerade sage, angesprochen. Wenn aber doch, dann meine ich dich auch. Auch wenn du dich angegriffen fühlst. Wenn ja, dann meine ich dich. Weil, das ist eben genau Projektion. Wenn du dich angegriffen fühlst, wenn du dich getriggert fühlst, dann ist genau das in dir. Und das Ding ist, mit Triggern ist, also entweder, also ein Beispiel dafür ist, du bist im Bus, so normaler, so städtischer Bus, und dann sind da so Jugendliche, die randalieren und so weiter. Oder die sind halt so ein bisschen laut. Also die randalieren nicht so, die sind einfach laut, unterhalten sich laut und so weiter. Und du willst, und du sitzt da einfach nur. Und dann denkst du dir vielleicht so, ah, diese, diese respektlose Jugend, ähm, die, die sind hier einfach so laut im Bus. So, das kann sein, dass du dich getriggert fühlst, weil du dich einfach so lange unterdrückt hast, selber, ähm, dass du, dass du es eine Frechheit findest, ja, dass, dass diese, dass diese Kids sich da so ausleben und einfach laut sind, dass sie sich die Freiheit rausnehmen, obwohl dir diese Freiheit immer verwehrt geblieben ist, aufgrund deiner Erziehung, ja, weil du weggesperrt wurdest deswegen oder, oder Ärger bekommen hast deswegen, so, dass die sich diese Freiheit rausnehmen. Im Prinzip bist du dann gar nicht sauer auf die, sondern sauer auf jemand anderes und eigentlich auf dich selber, weil du dir das selber gerade nicht erlaubst, obwohl du auch diesen Drang zur Freiheit hast, also entweder, ne, entweder das oder aber du hast das schon in dir überwunden, diesen Drang irgendwie dann auch zum Beispiel im Bus laut zu sein, aber hast das noch nicht so integriert, dass du darüber hinwegsehen kannst und dich für die freuen kannst oder, oder dass dich das überhaupt nicht interessiert, sondern es ist immer noch so ein Ding so, wie kann es denn sein, dass die das noch nicht gecheckt haben, ja, das ist eine, ja, das sind so Phasen dieser Projektion und genau, das ist halt Schattenarbeit, was wir hier jetzt gerade schon gemacht haben, so die Dinge, die ich angesprochen habe, die Dinge, die unbequem waren, das ist halt der Schatten in dir, das sind halt die, das ist halt der kaputte Kühlschrank bei dir im Keller, von dem du weißt, dass du den vor Jahren dann mal hingetan hast und den du eigentlich wegbringen müsstest, damit du viel mehr Rahmen speicher wieder frei hast, damit du neue Dinge lernen kannst, damit du alte Dinge vergessen kannst, damit du mehr aus, was heißt, mehr aufs Gaspedal treten kannst, das ist halt auch so eine Sache, in der Persönlichkeitsentwicklung glauben wir so oft, dass wir einfach stärker lernen müssen, aufs Gaspedal zu treten, also das ist ja auch richtig, wir lernen mit der Persönlichkeitsentwicklung einfach noch besser, aufs Gaspedal zu treten, damit wir noch mehr PS, wie es ja immer so schon heißt, auf die Straße zu bekommen, besser vom Fleck kommen, so einfach darüber hinaus wachsen, aber wir können halt so viel lernen, aufs Gaspedal zu treten, wir werden halt nicht vom Fleck kommen, wenn wir einen Fuß noch auf der Bremse haben und das ist das, was Schattenarbeit ist, das ist das, was Selbstheilung ist und Schattenarbeit kann halt lange dauern, also auch die Selbstheilung kann lange dauern, sie wird halt, sie wird umso länger dauern, wenn du sie nicht mit anderen Menschen machst, weil Heilung, so Selbstheilung passiert nur im Austausch mit anderen Menschen, genauso wie du Selbstbewusstsein nur aufbauen kannst mit anderen Menschen, so alles, was du halt nicht an Selbstbewusstsein aufbaust, Anführungszeichen mit anderen Menschen, das ist alles Ego, das ist alles Arroganz, Hybris, Narzissmus, diese, also Selbstheilung kann halt dann auch schon ein bisschen länger dauern und Schattenarbeit kann länger dauern, glücklicherweise, gibt es eine Methode, die ich mit den Männern mache, in einem Recheat, der jetzt im Oktober in Zypern stattfindet, wo wir das Ganze in zwei Tagen machen, wo wir einige Schattenthemen auflösen und das ist crazy, keine Notiz am Rande, als ich das damals gelernt habe, das ist damals, das ist jetzt einige Zeit her, als ich das gelernt habe und das bei mir gemacht habe und bei mir gemacht wurde, ich habe noch nie so intensiv geträumt, ich bin noch nie von einem Traum schreiend aufgewacht, bis dahin, also danach war das das erste Mal und der Traum war gar nicht so spektakulär, aber ich lag halt so in meinem Schlafzimmer, im Bett, es war alles dunkel und dann kam entsprechend eine Schattenfigur vom Licht in den Schatten hinein, also ins Dunkel hinein, hat die Tür aufgemacht und davon bin ich schreiend aufgewacht, gar nichts Spektakuläres, aber die Symbolik dahinter, ich lag im Dunkeln, im Dunkeln, im Schlafzimmer, im Schatten und es kommt eine Figur vom Licht ins Schatten rein, das ist direkt schon, also im Prinzip das mit dem Kellerabteil, was ich vorhin auch beschrieben habe, die Symbolik dahinter, Träume, wir träumen nicht einfach Bullshit, das sind Symbole und da könnte ich nochmal andere Episode drüber machen, das ist faszinierend, was die Menschheit für Symbole entwickelt hat und wie über die Kulturen, Jahrtausende hinweg, Kulturen, die nichts miteinander zu tun haben, die gleichen Symbole entwickelt haben, also die gleichen Symbole benutzen und über die gleichen Symbole sprechen, über die wir heute auch sprechen und es ist faszinierend, was unser Unterbewusstsein und wie wir alle, also wie unser Unterbewusstsein funktioniert und wie wir alle miteinander zusammenhängen, auch du und der Nächste, der sich das Video anschaut und die Frau auf der Straße und du und ich und wir sind alle, wir sitzen alle im selben Boot, wir sind alle das gleiche, wir sind alle das gleiche Bewusstsein mit verschiedenen Ausprägungen in einem menschlichen Körper, aber gut, das würde jetzt so weit führen, wenn ich da jetzt noch drauf eingehe, genau, also Schattenarbeit kann auch schnell gehen, das kann innerhalb von einem Wochenende gehen, es wird nie zu Ende sein, ja, weil da ist so viel im Unbewussten, nicht nur in deinem Unbewussten, auch im kollektiven Unbewussten, auch im kollektiven Unterbewussten, da auch, aber die Schattenarbeit ist etwas, was wir tun, um Kindheitstrauma aufzulösen und einer der größten Wegzeiger, einer der größten Wegweiser heißt es, glaube ich, Wegweiser ist die Dinge, die du, von denen du dich angegriffen fühlst, von denen du vermutest, dass deine Realität angegriffen wird oder du selber angegriffen wirst, weil was, was passiert denn nämlich, wenn jemand etwas sagt und das passt dir nicht, wenn jemand etwas sagt und das triggert dich. Warum? Es ist ja einfach nur eine Meinung, es ist ja einfach nur eine Aussage oder einfach nur Kritik an dich. Das hat ja nichts, hat ja keinen Wert im Prinzip, außer eine Lernerfahrung. Aber wenn du dich angegriffen fühlst, vielleicht dann so echauffierst darüber, also Beispiel Triggerwarnung, wenn eine ganze Masse an Menschen sich darüber echauffiert, das nicht nur echauffiert, sondern auch empört über etwas ist und deswegen dann Triggerwarnungen ausgesprochen werden müssen, aber die halt nicht helfen, weil das einfach dem Wachstum schadet, dem Persönlichkeitswachstum schadet und die Menschen dadurch noch unglücklicher werden, als sie jetzt schon sind, anstatt ihre Persönlichkeit zu erweitern. Wenn ich mich angegriffen fühle oder ja, angegriffen fühle, offended fühle im Englischen, dann, weil jemand etwas gesagt hat, dann muss ich ja denken, dass seine Realität jetzt über meine übergestülpt wird und ich bedroht werde dadurch. Das heißt, es ist ein Überlebenskampf. So, weil er diese Meinung hat, muss ich jetzt kämpfen, um diese Realität zu bestätigen. Aber hier ist halt das Ding. Wenn du etwas verteidigen musst, dann ist es wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Dann ist es wahrscheinlich nicht etwas, dass du tief in deinem Inneren glaubst, sondern das ist wahrscheinlich nur etwas, womit du dich beschützen möchtest. Und wenn halt dieser Schutz wegfällt, dann bist du verletzbar. Und dann bist du wieder genau in der gleichen Position wie damals, als deine Mutter dir vielleicht gesagt hat, sei nicht so laut, du störst. Oder wie damals, als du dann eingesperrt wurdest. Oder wie damals, als du den Autounfall hattest. Dein Unterbewusstsein, dein Ego versucht dich zu schützen. Davor, dass du wieder oder dauerhaft den gleichen Schmerz fühlst. Und mehr ist das nicht. Wir sind alles die gleichen verletzten Kinder. Einige haben gelernt, damit umzugehen und darüber hinaus zu wachsen und ihren Schatten zu integrieren und die Selbstheilung anzustoßen und die Persönlichkeitsentwicklung zu verfolgen. Und andere halt noch nicht. Am Ende des Tages kommen wir alle dahin. Aber es ist doch besser, früher als später. Es ist doch besser, jetzt schon Prävention zu leisten und über etwas hinaus zu wachsen, als den Schmerz zu haben. Als den sogenannten Harajuku-Moment zu haben. Der nach einem, also das ist die Legende, Harajuku-Moment erstmal so, das ist der Moment, wo wir sagen so, okay, das ist so krass, mein Schmerz ist so groß, ich werde alles dafür tun, dass ich diesen Schmerz nie wieder fühle. und egal, egal wie lange es dauert, egal was es kostet. Und der ist benannt halt nach einem, also so ist die Legende, nach einem Geschäftsmann, nach einem japanischen Geschäftsmann in der japanischen Stadt Harajuku. Ich habe nie gecheckt, nie nachgeschaut, ob es die wirklich gibt. War mir nicht so wichtig. Ich bin immer davon aus, dass es die wirklich gibt. Und das war ein sehr, sehr, sehr fetter Geschäftsmann. Und also morbidly obese, also übergewichtig. Wie sagt man? Tödlich übergewichtig. Und dem war das Ganze so völlig egal die ganze Zeit lang. So dem wurde immer wieder gesagt, so ja, pass mal mehr auf dich auf. Und eines Tages sitzt er halt in seinem Hotelraum, in seinem Hotelzimmer nach der Dusche und sieht sich dann so seitlich im Spiegel und denkt sich, what the fuck? Was ist hier denn passiert? Plötzlich ist dieses Bild so eingebrannt in seinem Gehirn, dass er einen so großen Schmerz darüber spürt, dass er sagt, egal was es kostet, ich werde dieses Gewicht verlieren. Und bis dahin ist aber auch schon einiges an Schaden passiert. Also wenn du halt die ganze Zeit, dein ganzes Leben lang das mit dir rumschleppst, dann werden halt auch deine Organe, deine Knochen, deine Haut entsprechend so aussehen und deine Arterien und alles nicht so gesund sein. Und warum es halt warum erst warum es so zu dem Zeitpunkt kommen lassen? Warum nicht vorher schon handeln? Warum nicht vorher schon daran glauben, dass du gut genug bist? Warum nicht vorher schon daran glauben, dass die Frauen genauso viel Angst davor haben, einen Mann anzusprechen, wie du Angst hast, sie anzusprechen? Warum nicht von vornherein daran glauben, dass wir alle im selben Boot sitzen? Warum in irgendeiner Form an Separation glauben? An dass irgendjemand anders sein könnte als du? Dass irgendjemand andere etwas besser könnte als du? Also besser kann, ja, natürlich, weil wir haben Talente und Passionen und so weiter, aber dass er besser sei als du. Egal ob Mann, ob Frau. Warum sich darauf konzentrieren, er hat halt nur dieses glückliche Leben oder diese Frau, weil er besser aussieht, weil er größer ist, weil er mehr Geld hat, weil er XYZ. Warum daran glauben? Fühlt sich das gut an? Oder füttert das nur mehr dieses Kindheitstrauma? Und stopfst du da nicht noch mehr kaputte Kühlschränke in dein Kellerabteil? Flirtanalyse. Flirtanalyse.de dir, warum es bei dir mit Frauen nicht weitergeht, warum es explizit bei dir mit Frauen nicht weitergeht. Das ist kostenlos. Hier nochmal ein Wegzeiger darauf, dass wir euch kostenlos coachen. Klicke auf den ersten Link. Wir schauen, dass wir auch ein Datum dazu schreiben, damit du noch ganz genau weißt. Das ist dieser Sonntag. Und dann sehen wir uns da. Das ist kostenlos. Bring Zeit mit. Das ist über Zoom. Am besten machst du deine Kamera an. Ist völlig egal, wie es bei dir aussieht. Stell dich vor eine weiße Wand. Passt uns auch. Aber dann können wir halt auch mit dir reden. Das ist ganz wichtig, dass wir auch nämlich deine Mimik, deine Gestik sehen. Neben auch natürlich deiner Tonalität, die wir dann hören. Und dann können wir ganz genau herausfinden, weil wir stellen dir auch Gegenfragen natürlich. Dann können wir ganz genau herausfinden, woran es bei dir liegt, was deine nächsten Schritte sind und wie du das Thema löst. Und ansonsten flirtanalyse.de und ansonsten lass einen Liebesbrief da in den Kommentaren. Alles andere ignoriere ich. Und liken und teilen und abonnieren und mach dir einen geilen Tag. Das ist überall. Hab einen geilen Tag. Du bist ein toller Typ und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.